Hallo und herzlich willkommen bei AMC Tablette mit eurem Hacker bei Stranded Deep. Ein Spiel, was im Januar rausgekommen ist, ohne Zombies, ohne großen Schnickschnack, sondern du bist einfach nur nach einem Flugzeugabsturzen allein Überlebende auf einer kleinen Insel und musst zusehen, dass du da einfach überlebst. Das ist einfach die Hauptaufgabe des ganzen Spiels. Ich hoffe, wir kriegen das so ein bisschen auf die Reihe. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen mit Craften und so weiter. Wir müssen gucken, ob wir das hinkriegen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das bestimmt mal so für Zeitvertreib sehr gut gemacht. Wir starten einfach mal das Spiel und gucken einfach mal, wie wir vorankommen und hoffe, wir haben gemeinsam viel Spaß. So, wir laden das Ganze. So, wir sind jetzt in einem Flugzeug. Sollen wir uns hier einen Cocktail machen. Ähm, ja mein Gott, eigentlich können wir das Intro auch löschen. Wir werden es hier trotzdem mal mitmachen. Wir mixen uns jetzt. Okay. Benutzen unser Feuerzeug. Zenden das gute Ding an. Und drücken für dich, um es zu saufen. So. Haben wir gemacht. Wir haben unseren Cocktail getrunken. Lass mich hinruhen. Ja. Perfekt. So, jetzt heißt es. Und so geht das. Und wir sind zurück zu unserem Sitz. Und machen wir das doch fix. Sitz. Und machen wir das. Wir sind zurück. Und schlafen wahrscheinlich ein. So, wir sind hier wieder auf eine Insel gelandet. Da scheint ein großer Fisch zu sein. Da ist eine Insel, da ist eine Insel. Wir nehmen uns erst mal auf hier. Paddeln erstmal irgendwo hier hin. Da hinten ist noch ein größer. Oh ne, das Paddel brauchen wir auf jeden Fall. Das sind, komm, das sind fremsteckend. Wir hatten beim letzten Mal eine richtig schöne große Insel. Haben wir denn eine Yucca-Palm oder auch so? Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Da sind schon zwei Seile, die nehmen wir einfach mal mit. Das ist immer gut. Krabbel ist auch immer was Feines. Die Frage ist einfach, ob wir auf eine andere Insel wollen. Denn so wie das hier aussieht, man wird hier nicht viel auf der Insel sehen. Und wenn hier nicht viel ist, dann könnten wir zu der rüber schwimmen. Oder auch... Zu der da? Hier sieht der relativ groß aus. Die sieht auch richtig fett aus. Ich glaube, wir machen mal die Nebuki hier. Ähm... Wir brauchen das Paddel. Wir paddeln einfach mal herüber. Oh! Nein, das wollen wir nicht. Das offene Meer zur großen Insel. Wir suchen uns hier noch eine schöne Insel aus. Ich hoffe, die ist jetzt nicht allzu weit weg hier. Oh, da oben sind Haie. Ei, 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 ei. Paddeln schneller. Das ist vielleicht so eine Muckis. Oh! Ich glaube, der mag uns nicht. Ach du Scheiße, geh weg! Ey, wie weit ist die Sinne weg? Oh, oh! Ach, lieber Gott, bitte. Noch bis zur Insel weg. Was ist dieser Scheiß-Heil jetzt denn? Das kommt einfach nur noch durchhalten. Oh, da ist auch ein Schützfrack, das könnte ganz gut werden. Aber ich denke, dass wir da auch was abkriegen. So! Blöder Heil. Jetzt hat er das. Ja, so kommen wir natürlich auch über die Insel. Okay, lassen wir das einfach. Sehr schön. Wir können hier Stöcke aufnehmen und uns ein Feuer machen. Ich weiß, dass die Uhr auf F war. Und wir schon langsam... Oh. Nee, das wollten wir nicht weg, dass wir das machen. Das brauchen wir nicht. Da sind schon mal ein paar Stöcke. Um überhaupt was zu machen. Wir können uns... Ach, guck mal, da ist auch ein Schiffsfrack. Sehr schön. Da ist ein Stein. Und wenn wir jetzt... Tappen hier... Das da hinwerfen. Dann den Stein da hinwerfen und... Können wir uns eine Axt machen. Sehr schön. Wir haben eine Axt. Mit der Axt kann man natürlich... Bäume fällen. Sind jetzt nicht gerade sehr schön und viele Bäume. Köpfen wir einfach mal die Palme. So. Komm, machen wir hier noch nicht hin. Vielleicht hätte ich die Kokosnüsse vorher auch auswählen. Der Wobbel, guck, da sind die Kokosnüsse, ne? Blätter sind schon immer nur was Gutes. Aber... Haben wir da oben... Kokosnüsse gesehen. Ich glaube, so kommen wir da nicht hoch. Das sind ganz schön große Kokosnüsse. So sind wir direkt unter die? Wahrscheinlich, ne? Ja. Das war jetzt nicht so gesünd. So, jetzt gehen wir die nehmen wahrscheinlich. Das ist eigentlich. Muss wir die immer noch mit dem Messer jetzt verstechen? Äh, ne. Das ist noch gar nicht so einfach hier mit den Tasten. Ja, wir sollten vielleicht mal was trinken. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt natürlich so viele Stöcker hier. Wir bräuchten mal ein Lagerfeuer. Erstmal das Paddel beiseite legen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, wie machen wir das jetzt an? Mit unserem Feuerzeug wahrscheinlich. Läuft. Hat doch schon mal was. Eine Potato-Pflanze. Potato-Pflanzen sind immer sehr gut. Wir hatten noch eine Kramme, wenn ich mich nicht... Ganz einfach. Okay. Na gut. Irgendwie braten. Ich bin jetzt mal. Joa. Ok, wir haben ja auch mit dem Feuer was bedennt. Und wir könnten uns endlich einen Sperr bauen. Mal mit dem Stein. Da sind auch wieder Kokosnüsse. Die holen wir jetzt einfach mal hier runter. Mit den Tasten, das ist echt kurios hier. Rauf auf die Palme, rauf auf die Palme. So, dann haben wir schon mal wieder drei Kokosnüsse. Um hier zu... Also irgendwann sterbe ich hier weitermachen. Wir machen uns jetzt am besten einen Sperr. Wir brauchen jetzt noch einen Lockshard. Ein Lockshard. Kriegen wir einen Lockshard? Kriegen wir denn am besten einen Stein kaputt? Sollten wir mal ein Messer mitnehmen. Äh, da ist gerade ein Hai, das ist ein bisschen doof gelaufen. Das ist ein mega Krammer. Ok, Essen haben wir auch. Ach, da ist ein dicker fetter Hai. Komm noch her, du Idiot. Wir brauchen noch so eine Nuss. Dieses blöde Boot, ich will dieses Boot haben. Ok, wir kriegen... ...eins einen Steinkleid. So. So. So kriegen wir einen Steinkleid. Und wenn wir den jetzt da anschmeißen und zwei davon machen... ...dann können wir uns... Achso, wir brauchen noch ein Seil, ja. Schwer oder besser? Schwer ist besser. Äh, nein, nicht vom Rennen. Nicht vom Rennen. Nicht vom Rennen. Kann man... Kann man damit jetzt ein Hai-Stecker lösen? Ja, jetzt schon wieder der Kasper. Ach, der kommt da. Komm doch her. Komm doch. Ich muss mal weiter rein gehen. Ich hab Angst. Wird auch dunkel jetzt. Ähm, vielleicht sollte man sich mal schnellstmöglich ein Bett bauen. Oder irgend sowas. Ähm, wir werden aber noch schnell... ...mit unserer Axt... ...ein paar Baubestellen machen. Ach, dieses Wegwerfen immer. Ich denke immer, dass man damit was aufnehmen kann. Okay, jetzt doch... ... und kann man noch nichts machen. Was kommen wir denn, ne? Noch mal einen Stammel? ein paar Stammeln wo wir noch... Jetzt können wir was machen. Campfire. Ich will kein Campfire haben. Drücks. Sorry. Nein. Es geht. Nein. So. Was braucht man für ein schönes Bett? Hier ist mein Paddel. Ich darf dieses Paddel nicht vergessen. Das müssen wir in unser Boot nehmen. Okay, Freunde. Ich würde doch sagen, für den Anfang gar nicht so schlecht. Wir haben es geschafft, Feuer zu machen. Was auch immer noch brennt. Wir werden einfach mal rausfinden, was wir... Oh, ich muss was trinken. Was wir machen müssen, um uns Essen zu putzen. Wir müssen das da reinhauen. Wir lassen uns einfach überraschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und am nächsten Tag. Bis dann. Auf Wieder... Der Mond ist echt hübsch. Guck mal. Bis dann. Und Tschüssi, Kofsky. Ciao. Ciao.